In diesem Video geht es um die besten Kurkuma-Kapseln. Der Qualitätssieger in unserem Kurkuma-Kapsel-Test geht an die Natural Elements Kurkuma-Kapseln C14 zertifiziert und hochdosiert mit 95% Extrakt. Der Kurkumin-Gehalt einer Kapsel entspricht dem von ca. 10.000 mg Kurkuma-Pulver. Andere Hersteller geben den Kurkumin-Gehalt meist pro Tagesdosis an. Für die gleiche Menge Kurkumin müssen Sie dort 3 bis 6 Kapseln einnehmen. Das Kurkuma-Extrakt ist frei von Magnesiumstearat, Trennmitteln, Aromen, Farbstoffen, Stabilisatoren, Füllstoffen, Velatine und selbstverständlich auch GMO-frei, Laktosefrei, Glutenfrei und ohne Konservierungsstoffe. Das Kurkuma-Extrakt wird in einem nach DIN-ONG ISO IEC 17.025 zertifizierten, unabhängigen deutschen Labor auf Reinheit, Sicherheit und Qualität geprüft. Das Analyse-Zertifikat dazu finden Sie bei den Produktbildern. Hergestellt in Deutschland in streng geprüften und zertifizierten Anlagen, ausgezeichnet mit GMP-ISO und wie lebensmittelrechtlich notwendig mit HACCP-Zertifikat. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Biomedical Kurkuma-Kapsel. Dank der Verwendung von Micellaris Form erhöht Likur die Bioverfügbarkeit von Kurkumin um das 185-fache, wodurch ein stabiler Kurkuminspiegel im Plasma für mindestens 24 Stunden sichergestellt wird. Sie benötigen nur eine Kapsel pro Tag, um Ihrem Körper mindestens 24 Stunden lang die maximale Kurkumindosis zuzuführen. Das flüssige Kurkumin in Likur reizt Ihr Verdauungssystem nicht, da es keinen Pfeffer, Bioperin oder Piperin enthält. Kapseln sind leicht zu schlucken und lösen sich unmittelbar nach der Einnahme auf. Likur ist auch für Veganer und Vegetarier geeignet. Das in Likur 7000 D enthaltene Vitamin D unterstützt die ordnungsgemäße Funktion des gesamten Körpers. Es stärkt das Immunsystem, ist verantwortlich für die richtige Entwicklung und Mineralisierung der Knochen. Bei richtiger Einnahme ist Kurkumin eine wirksame Unterstützung für Ihren Körper. Kurkumin wirkt entzündungshemmend, unterstützt die Geweberegeneration, schützt vor der Entwicklung von Zivilisationskrankheiten, verlangsamt den Alterungsprozess, wirkt schützend auf den Verdauungstrakt und wirkt sich positiv auf das Nervensystem aus. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kurkuma-Kapsel-Test ist die Achterhof-Kurukma. Hauptbestandteil Kurkuma. Würziger Geschmack, intensives Aroma aus ätherischen Ölen und der charakteristische, wunderbar goldgelbe Farbton, dem die goldene Milch ihren Namen verdankt. Schwarzer Pfeffer für extra Pepp in der Tasse. Klingt gewagt, harmoniert aber hervorragend Pfeffer mit Kurkuma und pflanzlicher Milch. Angenehm erfrischendes Kokosöl, riecht und schmeckt sehr angenehm und steuert noch dazu eine besonders cremige Konsistenz bei. Zimt für heimelige Gefühle und eine warme Geschmacksnote. Vielen bekannt aus der Weihnachtsbäckerei, bringt man Zimt oft mit der kuschelig-winterlichen Jahreszeit in Verbindung. Ob gemahlen oder als Zimtstange, der süßliche Geschmack passt perfekt in die goldene Milch. Für die exklusive Note Kardamom. Für das gewisse Etwas darf eines der teuersten Gewürze nicht fehlen in der edlen Mischung. Kardamom verleiht eine aromatische Note und rundet den Geschmack der goldenen Milch ideal ab. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.